Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Review. Heute kein Energydrink, sondern irgendwie so ein Kräutergemisch. Carpe Diem Kombucha Classic. Was steht da? Fermentiertes Teegedrink. Das steht hier, kann man schlecht erkennen, wegen dem Blitz. Ist eine normale Flasche. Ja, normale Flasche halt. Ähm, hat, steht's, 500ml, also 0,5 Liter, mal gucken. Na, sieht man nicht so gut wegen dem Blitz. Naja, scheiß Blitz muss ich mal ausstellen. Muss man mal richtige Lichtverhältnisse schaffen hier. Ähm, Farbe sieht man ja schon, ist so rot. So, 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 weinrot, ein bisschen heller als weinrot. Ja, machen wir mal auf. Ähm, ich rieche schon. Ich schenke mal ein. Oh. Egal, hab ich gezahlt. Nein. Ähm, Farbe, nun mal. Rot. Und ich hab grad gesehen, in der Flasche, da schwimmt irgendwie so ein Kräuter. Ich hoffe, da sind keine Fliege. Schwimmstückchen drin. Schwimmstückchen! Hup, äh, Stückchen. Ähm, ja, hier, du trinken kannst du aus der Flasche trinken. Okay, ich sag mal, mal hier. Na, danke schön. Bitteschön. Ähm, ja, komm mal jetzt irgendwie hoch. Oh, was ist denn das? Das riecht wie, wie der Edding. Das riecht wie dieser Dreck. Ähm, boah. Ey, Leute, wir haben, äh, bei uns gibt's einen Laden, der heißt Tee, die kennt ihr bestimmt alle. Und da gibt's solche, ähm, Eddings. Und das Witzige ist, dieser, dieses komische Gesöff, riecht wie dieser Edding. Ja, das riecht, das riecht nach Essig. Das riecht richtig nach Essig. Und dann hat das ein Edding, gell? Ja, ja, das riecht nach Essig. Also wirklich, als ob Essig drin wär. Ja, ja, ja. Ganz normaler Küchen-Essig-Mutz. Wir haben neulich schon mal so ein komisches Tag getrunken, irgendwie was passiert hier oder so. Und heute, das Zeug war so widerlich. Oh mein Gott. Ey, das hat nach eingeschlafene Physik geschmeckt, alter. Ja, ich nuckel jeden Tag an meinen... Nach Äpfeln, nach Äpfeln frischem Komboschhausen. Ja, Mann. Bleh. Naja, auf jeden Fall. Cheers. Ich kann... Ja, hört man schlecht. Ich trau... Hört man es? Nee, warte, warte jetzt noch. Ja, okay. Also, cheers, Leute. Ich trau mich nicht zu übergehen. Ich trau's mich nicht. Das schmeckt so eklig. Das schmeckt so nach Essig. Probieren. Probieren. Ja, lecker. Ja. Also. Ähm... Ja. Farbe... Farbe Flasche... Flasche... Naja, ist ne Flasche, die kann man nicht wirklich hammergeil bewerten. Der geb ich mal 5 von 10. Ist so mitten... Mitten Ding. Hast du Geschmack? Äh, du auch Flasche? Ähm... Gib ich eher 3 von 10. 3 von 10? Okay. Ähm... Ja, 5 von 10. Und Geschmack? Kriegt von mir eine 0 von 10. Er schmeckt scheiße. Du? Auch 0 von 10. Aber Leute, wisst ihr was? Weil die Videos, wo es kamen, nicht wirklich hammerprofessionell waren. Ich meine, immer wenn wir beide zusammen machen, ist es ein bisschen... chaotisch, irgendwie ein bisschen so. Ähm... Ja, ist ein bisschen anders. Ähm... Ich hab mal so ein bisschen rumgelacht von hinten, irgendwie so komisch. Und hier so... Und... Ja, weil... Also Entschuldigung, wer hätte ich diese Kacke jetzt weg, Axon? Also Leute, cheers. Okay. Los geht's, weiter geht's. Ja. Cheers. Cheers. Also Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, man trinkt so. Und ihr kennt das bisschen alle, man muss so ein Glas trinken. Und dann guckt man so rein. Dann sieht man immer so eine kleine, dünne Schicht von Getränk. Und dann sehe ich, dass so 1000 Körner zuschwimmen. Und ich denke mir so... Nein. Ey, die schreit so nach Essig. Oh mein Gott, das ist eklig. Ach. Alles Leute, das war's. Und... Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und... Tschüss.